Dieses Urteil ist eingeschlagen wie eine Bombe in der Finanzwelt und kommt für uns richtig überraschen und widerspricht absolut der bisherigen Rechtsprechung in Deutschland. Warum dies Hunderttausende betrifft hierzulande und wie man das Urteil nutzen kann, um Tausende Euro zu sparen, erfährst du in diesem Video. Also, los geht's! Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute geht es um ein brandneues Urteil des Europäischen Gerichtshofes, welches die Bankenwelt schockiert und dazu führen kann, dass wir Kunden richtig Geld sparen können. Dabei geht es um fast alle seit Mitte 2010 geschlossenen Kredite und Finanzierungen, genauer gesagt um einen ganz wichtigen Vertragsbestandteil dabei und das ist die sogenannte Widerrufsbelehrung. Klingt erstmal nicht dramatisch, aber nachdem die Banken vor Jahren schon mal ihre Widerrufsbelehrung umstellen mussten, dachte man, dass diese Umstellung rechtssicher war. Doch das war sie anscheinend nicht, wie der Europäische Gerichtshof nun entschieden hat. In fast jedem Kreditvertrag, der seit Mitte Juli 2010 abgeschlossen wurde, also Immobilienfinanzierung, Autokredit, Konsumkredit, Möbelkredit oder was auch immer, steht in etwa der gleiche Satz drin, der absolut verbraucherunfreundlich ist, wie jetzt entschieden wurde. Das hat nun so große Auswirkungen, dass aus rechtlicher Sicht die Widerrufsfrist immer noch läuft und man seinen Kredit oder auch die Finanzierung selbst heute noch widerrufen kann, obwohl der Vertrag schon lange Zeit, eventuell sogar schon ein paar Jahre läuft. Wer also vor Jahren mal einen Kredit mit damals noch recht hohen Zinsen abgeschlossen hat, kann diesen jetzt einfach widerrufen und einen günstigeren aktuellen Kredit abschließen. Das kann je nach Kondition von damals mal schnell ein paar tausend Euro ausmachen. Nehmen wir beispielsweise an, jemand hat einen Konsumkredit über 20.000 Euro abgeschlossen und eine Laufzeit von 72 Monate vereinbart. Damals hatte er noch einen jährlichen Zinssatz von 6,96% effektiv. Er würde also über die gesamte Laufzeit Zinsen von 4.378 Euro zahlen müssen. Nutzt genau diese Person jetzt die aktuelle Chance durch das Urteil und ersetzt diesen alten Kredit durch einen aktuellen Kredit, vielleicht mit einem Zinssatz von beispielsweise 2,75%, was durchaus heute möglich ist und sonst gleichen Faktoren, dann zahlt diese Person nur noch über die Laufzeit Zinsen in Höhe von 1.696 Euro. Also knapp 2.700 Euro weniger. Und noch viel deutlicher als bei einem normalen Konsumkredit wird das Ganze natürlich bei einer Immobilienfinanzierung, weil es dort naturgemäß noch um viel höhere Kreditsummen und auch Laufzeiten geht. Dort sind dann durchaus mehrere 10.000 Euro Ersparnis drin. Wir haben mal für euch gerechnet, allein bei einem Zinsunterschied von 2010, 2011 üblichen 4% zu jetzt rund 1% Finanzierungssatz kann über die Laufzeit von 30 Jahren bei einer Kreditsumme von 300.000 Euro eine Zinsersparnis von über 80.000 Euro ausmachen. Wahnsinn, oder? Ich kriege mich kaum ein und die Banken zittern völlig zu Recht vor den Auswirkungen dieses Urteils, wenn es denn jetzt in der Masse bekannt wird. Jeder, der also einen Kredit hat, sollte unbedingt nachrechnen. Doch wie setzt man das Ganze jetzt in die Praxis um? Als erstes schnappt man sich seinen Kredit- oder Darlehensvertrag und sucht darin die Widerrufsbelehrung raus. Diese wird dann in fast allen Kreditverträgen in etwa so formuliert sein. Der wichtige Punkt, und das ist auch der, den die Richter beim Europäischen Gerichtshof beurteilt haben, ist dann der Satz, die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrages, aber erst nachdem der Darlehensnehmer alle Pflichtangaben nach § 492 Absatz 2 BGB erhalten hat. Laut dem Urteil ist es also für uns Kunden gar nicht einfach ersichtlich, was genau in diesem Paragrafen steht. Und schlägt man jetzt diesen Paragrafen im BGB auf, der dort genannt ist, dann wird es ganz kurios meiner Meinung nach. Denn dort wird wiederum auf einen anderen Artikel und Paragrafen im Einführungsgesetz des BGBs verwiesen. Und wer dann da rein schaut, du ahnst es schon sicher, der wird wiederum auf einen anderen Paragrafen verwiesen, der dann wieder im BGB steht. Ich erspare dir jetzt die weiteren trockenen Einzelheiten. Ich denke, es ist klar, was ich damit rüberbringen möchte. Seitens der Richter wird dieser Punkt bemängelt, weil er einfach kundenunfreundlich ist. Steht also ein solcher oder ähnlicher Satz in einem Darlehensvertrag, dann nimmt man Bezug auf dieses Urteil. Das Aktenzeichen verlinken wir euch natürlich gern unten in der Videobeschreibung und widerruft seinen damaligen Kreditvertrag. Dadurch muss dann der Kredit aufgehoben werden, sodass der Bank die Darlehenssumme in einem Betrag zusteht, aber auf der anderen Seite der Kunde alle gezahlten Raten wiederbekommt. Aber Achtung! Natürlich sollte man vorher auch prüfen, ob man überhaupt einen neuen Kredit bekommt, ob die Bonität dazu noch ausreichend ist, um dann auch wirklich die Summe zur Ablösung parat zu haben, denn sonst hat man ein großes Problem. Wer aber eine gute Bonität hat, bei dem sollte dies natürlich weiterhin möglich sein, da ja auch durch die niedrigeren Zinsen meist die neue Rate kleiner sein wird als die alte. Aber lieber erst prüfen und dann widerrufen, so würde ich es zumindest machen. Es bleibt aber auch noch abzuwarten, ob sich die Banken untereinander unterstützen, sowas gab es schon mal im Bereich der Immobilienfinanzierung, natürlich nur hinter vorgehaltener Hand und dann wurde vereinbart zwischen den Banken, dass wenn ein Kunde bei einem alten Institut widerrufen hat, die neue Bank eben keinen Kredit anbieten sollte. Wie gesagt, das war hinter vorgehaltener Hand und es bleibt abzuwarten, ob das auch in diesem Fall so gehandhabt wird. Wir Verbraucher können uns auf jeden Fall beim Landgericht Saarbrücken bedanken, dass dieses den Fall überhaupt dem Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung vorgelegt hat, denn der deutsche Bundesgerichtshof hat Ende 2016 für die Banken und gegen uns als Kunden entschieden. Was wir auch etwas merkwürdig empfinden, denn dieses Paragrafen hin und her kann wohl kaum ein Kunde verstehen. Solltet ihr euch bei eurem Vertrag nicht sicher sein, geht einfach über die Verbraucherzentrale oder fragt einen Anwalt zu dem Thema, damit diese euch wirklich konkret für euren Einzelfall weiterhelfen können. Wir wünschen euch viel Erfolg dabei und eine ordentliche Zinsersparnis. Schreibt uns doch auch mal in die Kommentare, was ihr von dem Urteil haltet. Ich bin wie gesagt im positiven Sinn schockiert über so viel Kundenfreundlichkeit und das von einem europäischen Gericht und freue mich über jeden Daumen nach oben, wenn euch dieses Urteil genauso gut gefällt. Damit ihr in Zukunft keines unserer Videos zu den Themen Steuern, Versicherung und Finanzen mehr verpasst, abonniert doch am besten unseren Kanal. Wir freuen uns auf das nächste Video mit euch. Euer Finanznerd Simon.